Was machen wir mit den Hungerkeulen? Danke! Ich bin erst nach außen geflogen und dann bin ich irgendwie komplett in die andere Richtung geflogen und deswegen bin ich wieder auf die Zappen gekommen. Kann Karriere, Mann. Was? Du wurdest... hä? Bei mir warst du einfach mitten auf dem Weg und bist dann auf einmal zu deinem Spawn-Din gekommen. Ohohohohoho! Lol! Ey!